ich habe mal wieder ein buch gelesen und zwar dieses von daniel schreiber allein im hansa verlag ja das buch ist wie der titel schon sagt eins über das allein sein und zwar allein sein im sinne von dass man keine romantische zweier beziehung hat und ich habe das gelesen weil es mich sehr eigentlich interessiert weil es eine lebensform ist die ich selber gar nicht kenne ich habe nämlich in meinem inzwischen fast 57 jahre alten leben seit ich 16 bin gerade mal acht wochen nicht in einer beziehung gelebt daniel schreiber nähert sich dem thema aus zwei perspektiven einmal aus seiner persönlichen geschichte heraus seiner persönlichen erfahrung als ende der 70er jahre geborener schwuler mann der früher auch beziehungen hatte aber jetzt eben schon seit längerer zeit keine hat und er erzählt sowohl was er in seinem leben erfahren hat aber vor allen dingen erzählt er vom vergangenen jahr 2020 also das corona jahr wo ja allein leben noch mal eine krassere bedeutung bekommen hat dadurch dass das öffentliche leben runtergefahren wurde und die anderen in ihren familien oder paar beziehungen lebenden menschen sich sehr auf ihre innere häuslichkeit fokussiert haben zurückgezogen haben in der zeit hat er offensichtlich darüber viel nachgedacht auch sehr viel gelesen dass nämlich die zweite ebene des buches dass er ganz viel literatur heranzieht von leuten die über verwandte themen geschrieben haben wie freundschaft einsamkeit überhaupt bedeutung von liebe und so weiter da zitiert er ungeheuer viele ich habe ja das buch als als ebook gelesen und war ganz verplex plötzlich als ich war 75 prozent war und das buch war plötzlich zu ende weil ab da kam nur noch literatur angaben und anmerkungen kamen sehr positiv dabei anzumerken ist dass er ganz viele frauen auch liest das ist ja für einen männlichen autor außergewöhnlich also das sind so die beiden seiten das eigene erleben und die literatur wobei ich aber finde dass beides so ein bisschen oberflächlich bleibt und nicht so recht zusammenkommt weil einfach durch die fülle von anderen büchern die er einfließt bleibt dann von jedem nur ein zwei zitate übrig also man erfährt nicht wirklich was diese anderen leute denken aber auch man erfährt auch nicht so wirklich was dahin schreiber selber denkt wahrscheinlich weil das thema vielleicht auch noch nicht so ganz abgeschlossen ist oder weil es von mir eine falsche erwartung ist also ich mag es halt eigentlich gerne wenn am ende so eine these steht das ist hier nicht der fall sondern es ist eher so ein work in progress das offenes nachdenken über die vielen aspekte des allein lebens natürlich ist es so einerseits hat es vor und nachteile wenn man aber so sehr die vorteile des allein lebens betont dann kann es sein dass man sich da vielleicht auch was schön redet andererseits wenn man sich nur in den nachteilen vergräbt und sehr irgendwie sehnsucht hat nach dem normalen klassischen beziehungsleben sitzt man ja letzten endes auch einer illusion auf was mir gut gefallen hat oder was mich was was ich sehr überzeugend finde ist dass es rauskommt dass die wahl der eigenen lebensform eigentlich nicht wirklich eine wahl ist weil wir immer eingebunden sind also und beeinflusst sind von von dem was man halt so für normal hält in der gesellschaft in der man ist also man kann eigentlich kaum richtig gut allein leben in einer kultur wo alles auf paar beziehungen und und familie ausgerichtet ist das finde ich interessant und ich würde mir eigentlich wünschen dass viele menschen die erfahrungen mit dem allein leben haben das buch lesen und auch darüber diskutieren und dass wir das mehr lernen auch als eine normale lebensform zu akzeptieren zumal ja in einer älter werdenden gesellschaft das allein leben auch für die die ihr leben lang in beziehungen waren so wie ich vielleicht irgendwann kommen wird weil es ist ja selten dass selbst die glücklichsten ehepaare am ende irgendwie gemeinsam vom fahrrad fallen und einen herzschlag haben sondern das allein leben kann ja immer wieder passieren und irgendwie müssen wir alle auch dafür ausgerüstet gewappnet sein sowohl die einzelnen als aber auch die gesellschaft die rahmenbedingungen umstände und so weiter schaffen muss dafür dass man eben auch dann gut leben kann wenn man nicht in einer paarbeziehung gerade ist also sehr empfehlenswert daniel schreiber allein